moin moin meine lieben zocker freunde ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren folge city skyline 2 hier auf kante zockt ja wir haben heute ein bisschen auch öPNV geplant aber wir müssen noch weiter den umzug planen zum industriegebiet da drüben des weiteren wollen wir die noch ein bisschen müllverarbeitung gucken dass wir da woran kommen und noch so ein bisschen ein hauptthema weswegen unsere menschen unsere kanten warte mal wir auch jetzt habe ich das schon wieder vergessen muss er mich wieder daran vielleicht vielleicht fällt mir auch gleich noch ein weil hier steht jetzt die sind unzufrieden wegen unzuverlässigen postwesen grausam oder wir haben noch nicht mal eine postfiliale die müssen alle e mails schreiben und also kann das echt schlimm aber jetzt habe ich mir das raus gesucht wir haben ja ein wunderbares postamt das reicht im grunde genommen für vieles ja guckt euch das an die sterne rauschen nur so hier durch und wir können wir haben schon fünf angestellte hier super wenn auch sogar ausgebildete haben wir hier voll besetzt sehr schön 108 prozent effizienz jetzt müssen wir noch möchte richtig verstanden habe ich noch mal drauf klicke dann haben wir noch briefkästen jetzt die von bürgern zum versenden von post verwendet werden und dafür müssen wir natürlich welche aufstellen wo ein neuer briefkasten gleich aufgeploppt super oder also ich hoffe nicht dass ich das jetzt immer so ein bisschen an den straßen kreuzungen werden wir die postkästen ausstellen denken wir das könnte ganz gut klappen wir haben wir ja eine durchgehende straße setzen wir mal hier an die hauptstraße so ein post festen ja auch an die ecke woher wird es ein dicht besiedeltes gebiet würde ich schon hier hinten ein hinsetzen aber auch wieder vorne an der ecke da wird sie alle schwer post versenden können wir haben bestimmt viel zu dicht gesetzt das ganze ich weiß nicht was sie für eine reichweite haben aber ich sag mal so manchmal ist mehr ja auch weniger manchmal ist weniger auch mehr das ist immer ziemlich unterschiedlich aber wir wollen die natürlich jetzt erstmal service bieten an der schule dürfen sie natürlich auch post hinschicken wenn sie krank sind oder was verloren haben oder 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 klar bleiben sie jetzt erstmal noch rot gebäude errichtet warum die ein gebäude errichtet ach damit erweitere ich auch ach damit kann ich die reichweite erweitern also ich brauche da vorne ok also die die ich da vorne gesetzt haben waren gar nicht so nötig hier vorne an der ecke wenn ihr wollt braucht ihr nur einmal sackgasse entlang laufen sagt das doch einer ok sind sie gleich wieder angepasst lassen sie einfach lieber stehen kosten jetzt ja nicht viel keine welt so wieder hingestellt guckt euch das an hier hier ist die postpasser postparaden gut dass wir hier abbieger in mehreren varianten haben und jetzt überall hinfahren können im industriegebiet werden wir es auch gleich noch mal damit erweitern wir dann die reichweite das ist ja super mein bus ist weg hätten die nicht alle anderen die spawnen lassen können außer meinen bus fährt er jetzt hier hin wieder los ja hier kommt ein neuer raus wir könnten ja auch einfach mal hier so kreisverkehre machen freischalten haben wir noch gar nicht gemacht kommen wir machen das machen vielleicht kriegen wir das jetzt werde immer mehr verkehr und wir machen jetzt einfach mal hier einen kreisel hin hier einen großen kreisel weil es ja doch schon eine ziemliche hauptverkehrsstraße ist und auch hier ähm nein ach so weil das so kurz auf die dings geht ne denn da nicht wir wollten ähm okay hatte ich mir jetzt doch für schwerer vorgestellt vom aussehen her aber ist okay wir werden hier ein bisschen was umbauen nicht schlimm ich weiß auch das werden wir trotzdem wieder anschließend gleich trotzdem haben wir oder habe ich hier eine kleine idee die das ganze glaube ich verbessern wird vielleicht auch verschlimmwässern das weiß ich noch nicht also das ist die dreispurige ja mit mit genau ne warum hat er den gerade gemacht dann können wir den auch direkt anbauen so okay machen wir noch mal das finde ich nicht so hübsch deswegen machen wir das noch einmal also die höhe und dann kommen wir direkt da drüben ran so weil dann werden die werden die straßenanschlüsse auch schön wir haben ja gleich noch ein bisschen was anderes vor willkommen in kantopolis wir wünschen dir einen schönen aufenthalt ok ok so wie zuni vielen dank für deinen weiteren verschenken es ab maxi und auch die ein schönen guten abend und herzlich willkommen und dann gehen wir jetzt von hier auf diese straße drauf und damit wir ein wenig vorlauf haben gehen wir damit auch mit rauch und dann haben wir ja noch diese dreispurige gehen wir auf aktualisieren und jetzt ach so stimmt da müssen wir ja komplett machen okay also wir wollen hier den abbieger behalten also beim liebsten wäre mehr wenn wir hier den halb halb machen können aber können wir nicht ach so hier kommen sie ja eh nur an hier fahren sie weg denn ist das alles richtig so wenn wir jetzt von hier ne das lassen wir so so müsste das gut sein oder dann können sie hier spur wechseln auf die linke spur und abbiegen die bieten sie mit beiden spuren sogar ab hätte ich jetzt die eine spur verboten weil dann hätten sie jeden freien und freien aber das ist glaube ich okay so um da auch die verbindungen zu stellen okay also bauen wir jetzt hier das industriegebiet weiter aus hier ist die breite ja durchaus in ordnung das heißt wir brauchen jetzt aber wieder normale straße ohne zauberei und dann dieses weiße ne dieses schnee kannte dieses schnee ja pass auf wenn wir den strom liefern wir ja immer an diese schnellstraßen das ärgert mich dass sie keinen strom führen können als beispielsweise sagen würden ich meine hier geht es auch hier geht eben ging es doch nicht letztes mal ging es nicht aber wenn wir jetzt so machen dann hat er keinen straßenanschluss mehr ja das ist also es gibt vor und nachteile von dieser schnellstraße diese schnellstraße wenn wir die nehmen jetzt beispielsweise hier dann haben wir hier natürlich keine grundstücke dran das heißt wenn ich jetzt hier eine straße bauen würde parallel zur hauptstraße ohne ohne raster haben wir hier die volle leistung zur verfügung wenn ich das nicht hätte so wie es jetzt ist können wir das nicht nutzen deswegen ist das schon okay so und gehen dann hier noch mit rein mit einer kleinen sacke dann wollen wir jetzt neue industrien haben wir das ist nicht angezeichnet das ist echt schon krass ordentlich auffüllen weil wir wollen ja unsere alte industrie los werden dafür gehen wir hier rauf und entfernen die industrien hier das heißt wir kriegen jetzt gar keine neuen industrien sondern wir lassen die alten erstmal weichen weil wir darunter dass das gebiet brauchen wir brauchen darunter das gebiet schon das geht bis hier unten ran deswegen brauchen wir das so 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 ich hoffe ihr habt alles mitgenommen was ihr braucht so so damit baut sich gleich wieder neu an reisen wir brauchen das wir haben da noch eine buslinie durch die werden wir gleich noch mal entfernen hier sehen wir gleich schon neue industrien sind am plan wir haben keine nachfrage mehr also haben wir jetzt ja kleines bisschen problemchen aber ich glaube das kriegen wir noch in den griff produktion wir haben noch ein defizit im holz da wollten auch noch bei und dann müssen wir jetzt gucken ach kommen wir könnten sogar in also stein haben wir jetzt genügend mit überschuss kohle haben wir genügend mit überschuss das heißt das nächste wo wir ein defizit haben ist eisenerz oder halt allgemeinerz und dann werden wir hier das große erz draufschmeißen so linie buslinie buslinie da haben wir hier unsere industrie linie wird zu 19 prozent genutzt die werden wir uns jetzt mal anglotzen und werden mal ein bisschen modernisieren weil sie werden hier die haltestelle beibehalten werden auch hier hinten wieder rüberfahren aber fahren hier weiter bis ins industriegebiet rein und einmal durch würde ich sagen ja das heißt wir brauchen haltestellen muss haltestellen häuschen haltestellen schild also stellen schildes ausstieg das heißt wir kommen hier hoch woher über den gewicht gebaut doch hier können wir auch halten ok haltestellen schildes ausstieg hier wollen wir erstmal aussteigen fahren dann hierüber nehmen uns die straße wieder zurück von da darüber und hier vorne ist die rückfahrt haltestelle dann schnappen wir uns die linie die gelbe hat er eben schon und dann gucken wir mal ob wir die überarbeiten können oder neu bauen müssen das heißt wir schnappen uns jetzt die haltestelle weil man damit man kann man die nicht erweitern hast du das ist der bus oder gehen wir gleich auf tram über das könnte auch als tram nehmen also wurde der vorschlag aber nee wir bleiben erst mal bei bus die hat die stadt ist noch zu klein das lohnt noch nicht mehr der tram auch wenn ich sehr sehr gerne eine tram bauen würde wir bleiben bei bus wir werden einfach eine neue linie basteln anstatt der gelben dann die neue bauen weil ich muss noch lernen die müssen zu bearbeiten geht das ok also nehmen wir welche raus ne wir bauen neu wir bauen einfach neu neue linie hier angefangen ganz vorne fahren 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 also wir wollten dann an der haltestelle bauen sind wir noch der angefangenen fahren hier vorne ran fahren jetzt quer durch andere industriegebiete würde ich eigentlich auch noch gerne mit anschließen aber dafür wäre die linie näher zu lang und hier wieder zurück damit die dritte die machen wir dann jetzt grün ne auch in gelb wenn dann sie um industrie 2.0 und werden die andere löschen sieben haltestellen ich weiß gar nicht was jetzt an bussen auftaucht durchgewiesene fahrzeuge 6 ticketpreis ist in ordnung wir wollen ja dass sie mit unserem bus fahren oh hier ist ein großer lkw kommt der hin hier 25 tonnen post von einem güterzug endstation und hier fährt ein schnee rollen fahrzeug hier wird gerollt aber nur wenn die bremsen da ist schon einer von den neuner so erfährt so dass wir drei leute da drin okay so oder mal gucken da wir uns jetzt meine face schon wieder in grün damit ist unsere unser negatives weg da ist negatives verkehr wo es verkehr wir haben auch kein verkehr okay aber dann hatten wir jetzt noch mal die überlegung wir könnten ja die straßen mal modernisieren wenn wir jetzt die schnellen straße die hier zack umtauschen brauchen wir nicht mehr warten da ziehen wir bis hier vorne hin einmal mittig fertig gut ich auch und wenn wir die leute hier schneller durch okay gut jetzt meine ja meine der kehrt leer zurück aber exportiert ich glaube wir haben exportiert muss ich schnell mal nach kicken das ist wirklich unser was macht er jetzt er lädt ich denke mir nicht so aus trau dich ruhig nimm was mit raus okay ich hätte gedacht wir exportieren okay das sieht schon ziemlich gefüllt aus hier hier schon hier unten haben wir industrie große nachfrage weiterhin das heißt wir knallern jetzt den rest hier auch noch voll das ist doch schon mal gar nicht so schlecht jede menge freizeit sehr schön glückliche bewohner hier so wie sieht das die alte schwede hat der krankenwagen aber ordentlich zu tun ja war sechs von zehn unterwegs jetzt sind angestellte 24 inhaftierte ähm wettlägerische zwölf angestellte sechs auf streife 112 fünf verhaftete das hier aus auch alles schick wunderbar kehrt zurück arbeitet was haben wir hier feuerwehr ist auch alles top redhof haben wir auch noch genügend schüler rot 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 dann müssten wir nochmal schauen tausend schüler ach so warte mal wenn wir draufklicken dann müsste uns das doch eigentlich anzeigen genau jetzt haben wir 973 berechtigte und 1000 kapazität das passt doch denn alle anderen sind auch im grünen bereich colleges auch im grünen bereich sekundarschule grundschule höhere schule und haben auch ein college kein fußgänger zugang jetzt hat ein fußgänger zugang ein glück haben wir alle miete zu hoch hohe miete das kauft ja so ein großes grundstück ist echt mal okay wir haben eine nachfrage nach einwohnern geringe und mittlere dichte da könnten wir jetzt ja hier noch die karre voll machen und dann würden wir uns für die zukunft ein neues kapitel vor sozusagen das wäre dann wahrscheinlich dass wir so ein bisschen ins landes innere gehen also hier noch mal weiter sodass wir dann vielleicht hier oben sogar schönes großes wohngebiet stadt also stadt bauen der stadtzentrum ich weiß wir haben ja auch noch platz wir können ja auch noch einiges bauen das ist ja hauptsächlich im bereich unseres kraftwerks und im bereich müll und co das geht aber alles aufs meer das heißt hier können wir durchaus bauen das heißt wir gucken hier noch mal danach haben wir bodenverschmutzung nein hier ist lärm durch straßen was selbst die tunnel verursachen lärm okay das kenne ich noch nicht das ist neu dann wollte ich noch gucken haben wir wasser hier irgendwo drin da unten das wäre jetzt nicht dramatisch dann will ich noch gucken haben wir eine natürliche ressource hier also können wir das durchaus hier noch ein wohngebiet nehmen würde ich sagen klingt nach einem plan kann da wenn er wieder mit mittelstreifen weil es so schön ist überlappen die objekte ok könnten wir eigentlich gleich schon fast an einen kreiswerker denken glaube das ist so das nonplusultra im moment weil wir irgendwann auch noch eine autobahn hier durchfahren wollen also würde ich zumindest gerne deswegen würde ich das schon als mindestabstand hier nehmen um überhaupt anfangen zu planen dass wir hier in der mitte genügend platz haben vielleicht sogar noch ein ticken mehr damit das als abstand und gehen dann in die bauplanung wir wollten ja noch werden der strom hat wir noch auf die links die weg kommt von hier kein strom durch das ist krass also müssten wir auch hier ein grafwerk dran setzen kein strom mehr durch war hier hinten endet das heißt die straße könnten wir auch schon updaten auf eine schnellstraße ich muss mich da immer noch sehr konzentrieren weil es einfach ja viel schief gehen kann ja gut siehst du das habe ich wieder vergessen wasser und abwasser das transportieren wir dabei eine seite das ist ok erkennst aber auch unterhalb der straße dann haben wir das einmal unten verlegt vielleicht ist das gar nicht so schlecht hier kommen sie nämlich schneller von a nach b außer unsere straßenwartungsfahrzeuge die fahren nicht so schnell ampel keiner braucht eine ampel stimmt wir wollten jetzt ein kreiswerke hinsetzen weil wir jetzt hier eine neue ein neues wohngebiet erstellen wollen also meine maus meine maus mein mauszeiger ist auch weiß selbst den finde ich teilweise nicht wieder ja hier bauen wir im amerikanischen stil gerade ist die devise jetzt muss ich mal gucken braucht der strom ja da braucht strom kriegt aber von der anderen seite abwasser kann er auch von der anderen seite bekommen gut dann bauen wir hier noch mal eine schnellstraße oder wir bauen aus dem stück eine schnellstraße den hintergrund wisst ihr ja schon dann können wir nämlich hier wieder außen so planen wie wir wollen und können trotzdem das land hier hinten voll nutzen gut ne völlig total klasse hier für unsere arbeiterschaft kann ja mal parallel zur bahn schiene planen kann man die vielleicht auch mit diesen moment habe ich jetzt strom abgeschnitten stimmt ich habe vergessen hier den strom drauf zu setzen also müssen wir ein umspannwerk haben umspannwerk unterirdisch von hier daran ganze stadt mal über unterstellen strom freigesetzt wartet auf leichenwagen wartet auf krankenwagen nicht genügend kunden zu hohe mieten aber ich habe doch gar nicht so hohe steuern oder auch wohnen nur zwölf prozent industrie zahlen mehr gewerbebüro so defizit holz eindeutig und wir wollten da ja auch gleich noch bei gehen aber müssen wir erst mal hier haben wir kein abwasser drin genau das muss ich jetzt mal kicken warum haben wir da kein abwasser weil von hier kommt ja ja hier haben sie ach du die brücke kriegen also korrekt korrekt schon aber auch hier in dem tümpel noch einen zweiten anschluss mal gucken ob wir nicht hier noch ein wenig zaubern können ohne an der bahnschranke festzuhalten dann können wir das auch ordentlich machen ja ja ha da haben wir den so sieht ein bisschen ordentlich aus ok wir haben strom wir haben wasser dann können wir los machen brauchen wir mittlere und geringe wir haben ja hier so dieses gemischte wohngebäude für mittlere das heißt hier außen wäre ja schlau die hinzusetzen könnten sogar ein paar bürogebäude platzieren an der schnellstraße auch hier hinten wunderbaren bereich wollte ich gerade sagen die nicht so dann machen wir hier mal begrenzung und hier vorne die gemischte billige mietwohnung mittlere dichte mittlere dichte mittlere dichte schwindet gerade das heißt wir könnten auch noch mal ein zwei placken hohe dichte hinsetzen und hier hinten in die gebirge ich weiß nicht ich glaube wir haben wir doch ein bisschen drüge die zeitzeit okay ach geht aber also zug macht keinen lärm ist doch super vertigo square den hier lebenden bürgern ist vor lauter aufregung ganz schwindelig wo echt einzelne sie dass ich sonst mit doppelte in die doppelte waren es bei den anderen bei den mit den hier waren das zwei jahre oder ja zwei bis drei ok hier wird kräftig gebaut nachfrage ist immer noch hoch also wenn jetzt hier auf dem kleinen hügel wo wir jetzt oben sind eine querverbindung bauen und dann gucken wir mal was macht die post 27.900 zuzustellende post und 14.000 eingesammelte wie wir das denn hin liefert liefert sammelt also das liefern mehr als sammeln das ist schon mal gut dann haben wir hier noch offen post lagerungs erweiterung um 25.000 das haben wir netzankapazität 100.000 ok und postwagen post lieferwagen garage weitere zehn post aus sind da gerade mal zehn unterwegs also haben wir alles im also brauchen hier noch große geschäftsviertel sehe ich schon voll der trend dann würde ich sagen gehen wir mal hier hinten ungefähr raus ja gerade nicht da oben ran nein nicht da oben würde ich eisgeil so unterschreiben so nachfrage sieht gut aus industriegebieten möchte noch ein paar neue geschäfte paar neue industrien eröffnen würde ich eigentlich ungern so zu bauen aber hier kann nicht mehr viel passieren und wenn dann müssen die industrien halt weg hoch schütten schütten okay dann haben wir die nachfrage auch wieder im griff also die stadt wächst und gedeiht so langsam vor sich hin ich weiß andere sind schneller das ist aber nicht schlimm wir sind da ganz entspannt bei machen da unsere eigenen regeln und unsere eigenen fortschritt finde ich ganz gut so das heißt von hier gehen wir da hoch ich habe hier oben eh schon viel zu weit zugebaut für eine autobahn ach egal 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 wohnen die sind echt einzelne krass crazy die bis hier hinten durch fahren da habe ich hinten noch platz für mach ich das kann ich auch nicht machen ne spielplätze ne können wir die hinten noch hinsetzen hätten wir zwei herein ne industrien auf gar keinen fall büros sind da hinten alle gewerbe boah ich weiß nicht ne ne könnt ihr ja mal sagen vielleicht fällt euch was ein ich würde gleich zwar noch eine aufnahme machen aber vielleicht fällt euch trotzdem noch was ein ne das lassen wir so das drehen da ein neues Wohngebiet bewohnt werden ne ne das 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 wollten wir nicht ne das wollten wir nicht genau so war der plan so war der plan also können wir jetzt noch weil ja eh kleinstadt hier ist das das war ein bisschen viel also hier wird kräftig gebaut haben wir noch so eine kleine laden seile hier mit schattenspendern riesenhütten zum shoppen aber wo zum shoppen zum shoppen muss man ja irgendwo parken können ich habe schon die mitteilung gekriegt müssen gleich ende machen so nicht so ist das in Ordnung cool ist das denn bitte ich dachte gerade das hat er sich jetzt auch gedacht mit der nur tanksteine was machen unsere bürot ist das bürogebäude oha the law and accounting hübsch was das denn boot boot and buck boot and buck hier ist noch ein boot and buck was machen die denn benötigt software produziert finanzdienstleistung stadelmann und badolf klingt nach einem rechtsverdreher law and accounting okay gut schön was geschafft wir haben hier müssen wir noch ein bisschen auf unser müll achten weil es uns wird immer mehr da müssen wir noch mal ein bisschen gucken dass wir noch ein bisschen was loswerden aber wir haben schöne poste in gang gebracht hier die neue buslinie die neue buslinie die buslinie liniennutzung 4 prozent das war vorher irgendwie besser aber es muss natürlich auch alles nicht noch ein leben dürfen also wir werden noch die industrie hier abreißen das ganze das hübsch sauber machen dann noch eine industrie in der nächsten folge machen und hier unten das industriegebiet vielleicht noch ein bisschen nutzen am wasser entlang oder ich weiß es noch nicht wie wir das ganze mit der industrie fortsetzen ok vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe dass euch spaß gemacht hat dann würde ich sagen sehen wir uns wieder zu einer weiteren folge die skyline zwar hier auf kante zockt bis dann euer kante tschüss